Musik 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 Hey! Hey! Das war schon in einem Bild herum. Hast du die Heimse? Spricht Deutsch. Ja genau, sprich Deutsch. Wer ist da? Worum geht's denn gerade? Ach nun, wir sind euer Türkin da. Türkin? Du meinst ihr und Rainer? Mensch, Alex ist doch egal. Wir sind Ehrlein gleich. Weil die kommen her und nehmen uns der Arbeit mit, ja? Also ich bin der Sache eigentlich ganz nett. Ganz zu nett? Die geht nicht ständig an. Ich kenn sie zwar noch nicht wirklich, aber sie scheinen ganz okay zu sein. Man wird sicher gehen, Frau. Was habt ihr euch getan? Ich hab keine 5 Euro. Ganz sicher nicht? Du schuldest mir wenigstens noch 25 Euro. Warum? Ist doch logisch. Strebersteuer. Ja genau, die Strebersteuer. Die Strebersteuer. Die Strebersteuer. Die Streber. Die Streber. Die Streber. Die Streber. Willi. Was? Was haben die mit mir getan? Ich bin allein. Ich habe keine Hilfe zu erwarten. Aber ich weiß das. Und ich bin nicht hilflos. Ich bin stark. Ich muss stark sein. Damit kann man sich nicht retten, wenn man gecancelt oder im Fahrradkeller eingeschlafen wird. Der Schulwart hat mich gefunden und nur gelacht. Er hat mich ein dummes Mädchen genannt. Wie kann man nur so doof sein, wie sich selbst die Fahrradkeller einschließen, hat er gesagt. Wenn meine Mannschaft da ist, sie hätte mir helfen können. Aber auch sie hat mich allein gelassen. Alle haben mich allein gelassen. Anpassen müsste man sich an diese kurkische Kultur. Ich bin allein. Weil das wäre aber nicht anders als auf dieser Welt. Ich bin allein. 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 Dass wir meine Wunderhosen über die Ohren ziehen. Ja. Oder die Karschka. Oder die Maribel. Irgendein Opa finden wir auf jeden Fall. Was? Kommen die ganzen Spassen auf? Ist doch gut so. Soll ja Spassig werden. Mir wäre lieber, wir hätten keine teure Taut. Und dafür, für den Vater nicht den ganzen Tag drauf herumlohnen. Da möchte er arbeiten, öfter als einmal pro Woche. Und wenn er nur irgendetwas hätte, wenn sein Leben für irgendeinen Gott verdammten Sinn hätte, dann kotzt mich an. Und ich bleibe immer alleine. In der Schule genauso. Was ist Faschmittel? Was ist dein Spiel? Ich meine, was ist unser Problem? Was haben wir gewonnen? Wir haben Ihnen noch nicht gedacht. Jetzt würde ich Ihnen ja sogar helfen. Es ist ein Spiel. Oder man spielt mit oder nicht. Man kann sich mit Ihnen ja sogar zu den Verlierern sagen. Alles für Glück. Du bist doch nur neidisch. Alle sind neidisch, aus dem Weg. Ich so traurig will nicht verändern. Was? Seid ihr jetzt etwa alle? Nee, du Schwuchtel. Man muss noch mal probieren. Ja, aber die hätten doch auch irgendwo anders hinflüchten können. Ich meine, bald gibt es hier noch Ausländer als sonst wo. Woher kommen deine Eltern noch mal? Ach ja, Deutschland. Ja, aber ich wurde hier geboren. Es ist doch scheißegal. Viele werden hier geboren und stammen aus einem anderen Land. Für deine Eltern war es wahrscheinlich gar kein Problem in dieses Land einzuwandern. Einen Job zu finden, sich ein Haus zu bauen usw. Wie warst du bei mir heute? Kriegst du Ehre nach? Wird schon nicht so schlimm werden. Wer will wieder meine Alten informieren? Was soll's? Ja, das ist deine Eltern noch eh scheißegal. Wär echt cool, wenn meine auch... Was? Wenn deine auch auf dich scheiß würden? Wenn dir denn völlig egal ist, wann du kommst und gehst? Ja, weißt du, wie soll man merken, wann du zu Hause bist? Das willst du? Das willst du? Das willst du? Das ist ja selbst. Niemand da... Oder doch? Nein. Ich bin immer allein. Sitze den ganzen Tag vorm Computer. Hänge den ganzen Tag vorm Ferse. Immer die gleiche Welt. Tag ein, Tag aus. Immer dasselbe. Immer die gleiche Scheißleiter! Ich find's total arg, dass das Steck einfach so weg ist. Es ist voll und hart, dass sie einfach so abgeschoben wurden. Was ist denn eigentlich hier? Oh! Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020